Danke sehr, dass eine Episode an Antwort für K.A.M. kommt, K.A.M. Heute ist es soweit, heute drehen wir an Antwort für, mit keinem Geringeren als meinem Rivalen, Erzrivalen. Für mich sind diese Immobilienblitze nur Geldmacherei. Sind wir beide gut auf dem Bild? Ja. Bevor wir es vergessen, Kruzember auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Kruzember! Ich würde sagen, wie lange anfangen wir nach oben? Gibt es mir noch kurz die Zeit, um zu beschreiben? Jetzt. Peter, Latzo und Spenny haben hinter der Kamera zehn Begriffe. Oh, ne. Leute, ich würde sagen, wir langen jetzt mal rum zum zweiten Mal, wir legen los, Spenny, fangen an mit den ersten Begriffen. Ein anderes Wort für Haus. Äh, äh, Gebäude. Ich merke vor, ich möchte das haben, was hier auf dem Platz steht. Wohnort, Haus, Wohnfläche. Da steht ein, äh, ne Bude. Was ist das jetzt? Äh, das ist ein Gebäude. Raum. Ich gebe euch mal einen Tipp, okay? Das muss aber raus, das schlussig kommt. Dafür gibts auch einen Makler. Äh, Immobilie. Äh, ganz kurz, ich will ganz kurz jemanden anrufen, den ich schon lange nicht mehr angerufen hab. Punkt für Sascha. Richtig. Ein anderes Wort für Wärme. Warme. Äh, Hitze. Hitze. Heizung. Äh, Sonne. Also ist ein bisschen komplex, aber was braucht man für die Wärme? Energie. Richtig. Äh? Energie. Das ist echt nicht gut, man. Das ist gross. Applaus für Spenny in der Kamera, ey Spenny, bester Mann. Dein! Okay, ein anderes Wort für Mäppchen. Äh, Mappe. Mappe. Oh mein Gott, dass ich damit den Punkt geholt hab. Hey, chill mal Sascha. Ein anderes Wort für Solarium. Äh, Sonnenstudio. Sonnenbank. Sonnenbankstudio. Sonnenbankflame. Ja, ist auch richtig. Ja, aber... Was hattest du? Was hast du, Sascha? Ja, Bräulungscenter. 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 Ich dreh meine Videos normal. Ich dreh 15 Minuten, ja? Du kommst mir mit Bräulungscenter. WTF, Mann. Ein anderes Wort für Handy. Äh, Mobiltelefon. Mobiltelefon. Oh, ich hole auf. Fing Falata. Ein anderes Wort für Mensch. Mann. Fing Falata. Ähm, 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 oah. Individuum, Individuum. Pscht, wie heißt das Wort? Oh, das stimmt. Affe, Affe. Für Mensch. Äh, wo muss der ab jetzt? Sag mir jetzt, wo muss der ab jetzt? I'm just a kitten for each day I grow some more. Äh, ein anderes Wort für... Ein Moment festhalten. Fotografieren. Ok, ein anderes Wort für Computer. Bitte. Buhhhhh. Ein anderes Wort für Kiste. Äh, Karton. Vox. Behälter. Behälter. Ein anderes Wort für Instagram. Äh, Social-Media-Plattform. Richtig. Ein anderes Wort für Geschenk. Äh, ein Präsent Surprise. Eine Überraschung. Wenn ich den Tipp jetzt gebe, dann möchte ich aber ganz schnell hören, ok? Aber ganz schnell, ja. Man bringt es mit. Mitbringst du? Ja. Abschaum. Ein anderes Wort für schön. Wunderschön. Hübsch. Ja. Was? Ist nicht hervorragend. Hübsch. Hervorragend. Hervorragend. Wenn ihr Mädchen seht. Geil. Auf einem schönen Abendfall eine Dame und du findest sie... Attraktiv. Meine Güte geht der ab. Ein anderes Wort für... Betrinken. Es laufen. Ich hab... Ich hab kein Alkohol. Alter. Ein anderes Wort. Fürs Schauen. Äh... Looken. Look? Blicken. Woher kommt ihr? Was? Woher kommt ihr verdammt nochmal? Ich komm hier aus Stuttgart. Ja, nix. Also ein anderes Wort für Schauen. Ach, das sollte irgendwas Schwäbisches sein. Ich guck mal danach. Meine Güte. Ich guck mal, Alter. Abschaum. Jetzt will ich es aber ganz schnell hören. Olex. Ja. Ich schwöre, ich würde es auch sagen. Ich schwöre. Ich schwöre. Ich schwöre. Reiche. Reiche. Peter kann seine Niederlage. Oh mein Gott, war das heute peinlich. Der Peter hat halt keine Treta. Deswegen geh ich jetzt aus dem Video. Wie ein laufender Meter. Wie ein laufender Meter. Wahrscheinlich dann bis später, oder? Bis später. Leute, falls euch das Video gefallen hat, lasst doch nach unten. Gerade in diesem Moment sind auch Videos online gekommen. Bei Lazzo, bei Spendi und auch leider bei Peter. Also vorbeischauen. Hier steht uns einfach und laufend Leute. Läuft. Läuft.